ARD Text im Auftrag von Funk Komm gegen die Wand! Nein, zurück, 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 zurück! 15, 14, ja jetzt rechts! Ah, dort, Mann! Ja, 10! Jawoll! Zu geil! Böse, Mann! Böse! Noch anders, ey, scheisse! Jetzt haben wir aber alle, ja? Nein! Da oben jetzt noch! Jetzt kommen wir wahrscheinlich noch immer frisch! Ich bin weg! Nein, schon! Ja, easy, ey! Hinter dir, hinter dir! Es kommt mir leid, Mann! Boah! Ja! Übe! Steh wieder auf! Mann, der Scheibe allein! Nein, nein, nicht von vorne, Mann! Nicht von vorne, Mann! Das ist schon die ganze Muition! Ich muss zugeben! Ich bin etwas überrascht! Und meine Wichser einfach mehr als nur 10 Meter rennen könnte! Das wäre verdammt! Das wäre verdammt! Aber der rennt etwa 10 Meter und den kann er nicht mehr! Und das ist... Da kommt schon der erste Barstart! Hinter dir, hinter dir! Du wirst an deinen Tod betteln! Wenn ich fertig bin! Auf! Ey, scheisse, ey! Dann ist schon wieder weggegangen! Muition! Äh! Das Leben! Ich lebe noch! Pesch für dich! Wo bist du? Ich versuche, ein bisschen in deiner Nähe zu ziehen, Mann! Oh nein! Da wollen wir weggehen! Da ist es noch mal in der Pennen! Genau, den muss ich natürlich nachgeladen! Hinter dir! Komm schon schnell! Es ist einfach böse! Ja, es sind verdammte Fälle! Ob dann! Ja, und jetzt habe ich da schon wieder... ...das Munitionsproblem! Jetzt kommen wir wieder etwa drei rum! Jetzt kommen wir wieder etwa drei rum! Jetzt kommen wir wieder etwa drei rum! Auf dieser Seite des Raumes! Das ist doch noch Muni, nicht? Dami, tu doch nachgeladen! Geht noch Muni? Ja, die habe ich schon alle! Aha! Weisst du, jetzt machen sie sich nicht mal mit Mühe runter zu holen! Hey! Dieser Schmerz schmeckt so süß! Nein! Schon wieder kaputt, Pei! Das funktioniert nicht! Jetzt lasse ich nur noch das schwarze Hurenlöchchen ab! Hey! Ich muss... Ich muss unbedingt ein Herzchen haben, Mann! Ich bin weg! Gut! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Aber so ein wenig mehr im Mund wäre schon sehr sexy, nicht? Das ist ja so, ja! Ich bin weg! Ja! Das ist ja so! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich lebe noch. Pech für dich. So, jetzt wollen wir die Ur-Bastarde. Schau sie an, schön in der Reihe. Die sind dafür schön einfach. Ja, voll. Brutal, was die Ammunitionen hinterlassen. Ja, das ist ja so. Hey, wow. Jetzt kommt noch der Scherf. Oder sonst noch irgendetwas. Beamen der Wichser. Ein paar Beamen die Wichser. Da, gehen dort rein. Sehr schön, sehr schön. Scheisse, ich habe keinen Schiss mehr verdammt. Und jetzt? Und jetzt? Ist das schon alles, ey? Kannst du nicht mehr, ey? Scheisse. Ey, Luda, Luda, Luda! Luda, 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 Luda! Ach, sexy. Schau bei dir. Ist das die, ja? Ach, 37. Ja, klar. Echt das Teil, ja. Aber... Ja. Oh Scheisse! Das ist der grosse, böse Pixel, oder? Ich habe euch eine Lösung geboten und ihr habt euch für das Licht entschieden. Eure Zeit ist vorbei! Eure Zeit ist vorbei! Hallo? Eure Vollidiot! Eure Zeit ist vorbei und fängt sich selber um. Gell? Eure Ist ein blöder Siech, ey! Scheisse, ist das ein blöder Siech. Der hätte es, glaube ich, seine kaputte Welt mitgenommen oder so. Eure ist ein blöder Siech. Eure ist sicher aufs Tauch zu schiessen, ne? Auf welches? Auf das, was so leuchtet wie ein Schienwerfer? Ja, da können wir es auch. Ich probiere es mal zu suchen. Ja, wenn du mich triffst, dann löst du... Ah ja, sag auch. Ich schicke meine Affen auch noch. Oh, keine Scheisse. Herz. Komm du grusige Bestein. Achtung hinter dir. Achtung hinter dir. Grusige. Was ist das, Mann? Was kotzt da aus dem Mann? Verdammt hier. Wow. Ich lache da jetzt. Ich bin tot. Hast du mich schnell beschluckt? Hehehehe. 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 Hehehe. Also da sind seine grusige stinkende Atem. Der ist, glaube ich, ein bisschen. Oh, du Wichser. Nein, da ist ein Wichser. Ich weiss nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin vorhin lange drinnen. Und irgendwie ist nichts passiert. Ja. Jetzt müssen wir noch einmal das Portal hören. Da. Stirb. 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 Oder das Licht von diesem Scheinwerfer. Oder was das ist. Stirb. Stirb. Ich habe das Gefühl, irgendwo sehen wir nicht. Ich gehe mal hinterher schauen. Okay. Okay. Wow, was ist jetzt das gewesen? Da hinten kannst du... Oh fuck, fuck, fuck. Hartz, hartz, hartz. Jetzt kommen die Stärker rein. Okay. Dammit, nein! Kannst du mich wiederbeleben? Hey, ich habe verdammt Mühe. Wo bist du? Wo bist du? Wo? Ja, kill dich sicher zuerst. Die Hände dir sind noch gut. Voll eisen. Achtung! Kann ich? Ja, ich bin hinter der Kritsche. Siehst du mich? Da genau im Eck hände bin ich. Jupp. Gut. Jetzt schaue ich noch einmal das schwarze Loch auf das Eis. Was? Scheiss Bestie, ey. Dammit, warum... Plötzlich bekomme ich mega Schaden. Wow, was sind das jetzt für dich sicher? Hm, gar nicht gut. Scheisse, ey. Ich bin gestorben. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hallo? Ey, meine Siehe ist einfach behindert. Das tut mir leid. Achtung, der Laser ist für dich. Manchmal kann ich dich nicht wiederbeleben. Aber du wüsst mich nicht mehr. Aber du wüsst mich nicht mehr. Aber du wüsst mich nicht mehr. Hallo? Wow, was war das jetzt? Ja, super. Ich habe genau alles null. Null UMP, null Kalaschnikow. Jackpot, ey. Ja, ich glaube, irgendwo... Hey. Du wirst um deinen Tod betteln, wenn ich fertig bin. Scheit, Mann. Irgendwo werden wir schon etwas holen können. Wo bist du? Bist du hinten dran oder wie so? Ich bin hinten drin, ja. Und, gibt es nicht etwas? Ja, ich bin gerade durchgeboxen da. Ich habe wirklich null. Einfach null. Da, Mann, da. Ich habe gefunden. Ein Haufen. Aber nichts. Nein. Zwei Kästchen. Ich bin so alt. Aber ich kann sich nicht auch... Also ich kann sich sicher hauen da hinten, ja. Ich schieße mal ein bisschen ins Arschlöchle rein. Was? Es killt mich da. Irgendetwas. Wow. Wow. Ja. Ja, es ist halt schon... Wir müssen halt schon wissen... Was? Ja, es klappt schon. Es klappt schon. Es geht aber heibig. Oh, jetzt kann das ein bisschen kehren. Ich komme jetzt mal zu dir hinterher. Das schmeckt so süss. Ich bin so alt. Und da hat es auch noch. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Da hat es noch ein paar Kästen. Ja, da hinten hat es sehr viel. Ich bin so alt. Okay. Genau, hinten rein. Genau, hinten rein. Hör auf, du Wichser! Hey, komm, hey. Der Typ hat mich geübt, okay? Der Typ hat mich geübt, okay? Ich rüber, Mann. Von hinten kommt gerade einer. Komm, komm, komm. Fuck, 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 fuck. Ich höre deine Stimme. Scheiss Laser-Fuck-Teile, ey. Willst du dir ein Herzli haben? Komm, verdammt mich, ey. Ja, jetzt habe ich da einfach genau keinen Mund mehr. Ja. Ich kann auch keinen mehr. So lange nicht mehr. Ja, und wie machen wir jetzt den Typ? Da machen wir einfach mit der Spezialfähigkeit. Ja. Dieser Schmerz schmeckt so süss. Viel anderes bleibt dir, übrigens. Überlebst du? Ja, ich habe gerade ein bisschen Mühe da. Dummy, warum kann ich nicht latschen? Hinter dir, hinter dir. Ja. Gute Fahne. Mit Angst. Ich habe jetzt gerade schwarze Löffel. Jetzt, du Saufrisse Scheisse. Oh, ich habe wieder 270 Schüsse. Dummy! Nein! Was ist los? Hey, wow, 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 wow. Was geht da? Irgendeiner haut auf mich. Ich bin gestorben. Kopf, Dummy. Warte, komm. Komm. Es ist noch einer dort irgendwo vor mir. Du wirst um deinen Tod betteln, wenn ich fertig bin. Komm, 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 komm. Geil, geil, geil. Wow. Wow. Der verdammte Laser. Hau ab. Jetzt haben wir den Tod. Woher hast du jetzt? Woher hast du jetzt? Ja, von dieser Seite. Von dieser Seite. Die, die du gesagt hast vorhin. Die andere Seite hat es auch noch hinter ihm. Im Fall. Hast du die gesehen? Okay. Nein. Gehen wir schnell durch. Okay. Warte, komm mal kurz. Komm, komm mal. Hinter dir, hinter dir. Sauberstar. Sauberstar. Komm mal. Ich kann... Irgendwie kann ich nicht zu ihm rüber. Es... Es... Es dreht mich irgendwie weg. Ah. Direkt hinter ihm. Mazzano, hast du gesehen? Ja, die habe ich schon genommen. Hier hat es noch. Geil. Ja, die habe ich schon. Ah, ich auch wieder. Es hat auch nicht gehört oder irgendwas. Ey, ich kann nicht... Ich kann nicht hin. Ich komme da gar nicht rüber. Ah, jetzt. So, jetzt. Jetzt ficken wir das hier. Jetzt haben wir wieder Schüsse. Ja, eh. Ein paar habe ich. Ich komme zu dir rüber. Okay. Ich bin zu alt für sowas. Jetzt. So, jetzt. Jawohl. Jawohl. Die verdammte Noten haben. So geil. Friss Scheisse, du Mischung. Scheisse. So geil, so geil. Was hat er verloren? Nichts. Was? 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 Wir haben es geschafft. Was? Nicht im Ernst. Nicht im Ernst, oder? Nicht im Ernst, oder? Mal ich. Tatsächlich. Boah, so krass, ey. Boah, so krass, ey. Boah, ja, aber das ist ja... Hallo? Hallo? Tja, das war's. Oh Gott, ey. Das war schon ganz Co-Op-Modus. In dem Fall, ja. Das ist einfach nur mega geil. Okay. Das ist total gut gemacht. Das ist halt ... Ja, ich würde einfach mal anfangen, die Ärmute im Singleplay zu haben. Du bist ja der Aurora Chief oder Johnny irgendetwas oder wie der heisst. Das ist wirklich geil. Das ist total gut gemacht. Okay. Aber ich hoffe, das dauert mehr als 2 Stunden in der Singleplay. Ja, das war jetzt krass schnell. Das ist jetzt sehr schnell gegangen. Ah, im Abend ... Oh Gott. Ja, darfst du gehen? Ja, okay. Dann werden wir das letzte Play auch schon fertig haben. Ja, das ist es auch. Tipptopp.